hallo und herzlich willkommen beim kurzen und informativen video heute von verbrauchertest tv wir wollen heute noch mal das thema aufgreifen smart lock türschlösser oder elektronische türschlösser davon habe ich ja vor einer zeit ein video gemacht das könnt ihr euch auf jeden fall hier oben noch mal anschauen so bequem wie diese türschlösser auch sind es ist immer so ein bisschen die frage wie wird die versicherung reagieren falls diese türschlösser mal geknackt werden in meinem fall von dem easy smart locket was ich damals in dem video installiert habe an meiner haustür da werden keine veränderung am türvorschlag vorgenommen und deswegen wird auch also da die sicherheit der wohnung nicht in frage gestellt anders wird es schon wieder wenn man wirklich diesen ganzen türzylinder ausbaut dass die türen immer nur noch mit einem fingerabdruck oder mit einem pin geöffnet werden können und nicht mehr mit einem gebräuchlichen schlüssel diese variante von easywiss die ich in dem video vorgestellt habe dieses smart locket da werden erstmal keine baulichen veränderungen vorgenommen und man kann also auch ein keypad anbringen von außen das wird dann einfach bluetooth mäßig übertragen zum schlüsseldreher der dann innen in der wohnung oder am schloss montiert worden ist natürlich stellte sich bei mir die frage bevor ich dieses schloss da jetzt installiere wie ist dann meine versicherung darauf zu sprechen würde die mir eigentlich noch ja versicherungsschutz gewähren wenn ich jetzt so ein schloss ja installiere oder und ja oder es wird geknackt oder gehackt ich habe das bild von dem smart block kit von easywiss an meinen versicherungsvertreter gesendet der hat es an der versicherungszentrale geschickt um mal herauszufinden inwieweit die versicherung dazu steht ich kann jetzt nur von meiner versicherung sprechen man sollte sich auf jeden fall rat holen bei den versicherungsvertreter seines vertrauens also da wo man eigentlich seine hausratversicherung hat um mal zu sehen wie die versicherung dazu steht dann kann man auch das modell oder ein foto einreichen und dann werden die versicherungen euch schon eine kompetente antwort geben wie weit man sich da auf den versicherungsschutz noch verlassen kann ich wollte euch in diesem kleinen video mal mitteilen wie meine versicherung reagiert hat und diesen text den werde ich euch mal vorlesen firmennamen und ansprechnamen habe ich geändert beziehungsweise habe ich weggelassen ich beruhe mich jetzt hier nur auf dem fachlich kompetenten text den man mir jetzt geschickt hat oder diese mail um euch mal zu zeigen wie eine versicherung dazu steht das kann jetzt von versicherung zu versicherung unterschiedlich sein deshalb rate ich euch auch immer bevor ihr so ein schloss kaufen wollt eventuell mal mit euren versicherungsvertreter zu sprechen wie da die einstellung zu solchen smartlock kits ist so jetzt zu dem mail und zu dem zu der antwort von meiner versicherung zu dem smartlock kit von easyvis wenn in bezug auf ihre mail es ist nicht vorgeschrieben dass die häuser mit einem klassischen schlüssel schloss gesichert werden müssen demnach kann man auch diverse andere schloss systeme wie smart home schlösser finger abdruck schlösser und so weiter verwenden sofern es zu einem einbruch kommt besteht versicherungsschutz im schadensfall muss der kunde allerdings nachweisen dass ein einbruch stattgefunden hat und dies ist bei dem smart home system etwas schwieriger freundliche grüße wenn der einbrecher natürlich die tür aufhebelt oder das schloss an bord oder man sieht generell einbruchspuren dann bezahlt die versicherung sowieso bei dem easyvis locket ist es natürlich schön wenn man jetzt nicht unbedingt dieses keypad zum key eingeben von außen einbaut dann hat man also von außen überhaupt keine ahnung ob es sich da um ein elektronisches smartlock kit oder elektronisches schloss handelt deshalb wird der einbrecher hier auch gegebenenfalls mit brechstange vorgehen es sei denn er hat euch schon im visier gehabt euch beobachtet wie er mit dem handy die tür auf macht da kann er sich auch schon denken dass es sich hier um ein smartlock und elektronisches türschloss handelt und wird dann versuchen eventuell das zu hacken das ist natürlich generell schwierig weil da die daten ja auch verschlüsselt übertragen werden sollte aber es sich irgendwie doch ungünstig zutragen und man könnte das schloss jetzt hacken und er würde jetzt ohne einbruchspuren in die wohnung kommen dann würde ich sagen installiert auf jeden fall noch überwachungskameras oder eine überwachungskamera ich habe eine die auch zum zu einer cloud überträgt das heißt das ist immer das sicherste selbst wenn der einbrecher die kamera dann bei dem einbruch mitnimmt oder die die sd karte rausnimmt und mitnimmt dann habt ihr die immer noch am handy beziehungsweise in der cloud das ist also die sicherste methode überhaupt um einen einbruch nachzuweisen mit so einer überwachungskamera das kann ich euch nur empfehlen in kombination zu so einem smart block system das so auf jeden fall mit einer überwachungskamera noch mal zu verstärken links habe ich unten alle und das schloss habe ich unten auch noch mal verlinkt wenn ihr fragen habt noch mal dazu auf jeden fall alles unten in die kommentare wenn das video für euch informativ ist dann gibt mir ein däumchen nach oben und wenn ihr jemand kennt der sich für so ein schloss interessiert dann teilt es doch mit ihm und ansonsten abonniert den kanal für mehr wir sehen uns im nächsten video ciao